Bei Deutschland sucht den Superstar geht es in die heiße Phase. Die Kandidaten kämpfen um Tickets für den Auslands-Recall auf Mykonos. Dabei ist Drama natürlich schon vorprogrammiert. Und mittendrin ist Kandidatin Katharina Eisenblut. Die 26-Jährige sorgte bereits im ersten Recall für Gesprächsstoff, als es so aussah, als gäbe es Zoff zwischen ihr und ihrer Gruppe. Und auch in ihrer neuen Gruppe kommt es zu einer Auseinandersetzung. Diesmal singt Katharina mit Lara, Olga und Giuseppina. Schon in den Proben klingt sich Katharina von den anderen Mädels aus und sagt, sie wolle sich lieber allein vorbereiten. Die fehlende Vorbereitung in der Gruppe sorgt dafür, dass der Auftritt der vier Sängerinnen ordentlich in die Hose geht. Dieter Bohlen wirft Katharina vor, unkonzentriert zu sein und Jurorin Maite Kelly bezeichnet den Rest der Gruppe als schlecht. Anschließend kommt es sogar zu einem Wortgefecht zwischen Olga und Katharina, bei dem Olga ihrer Mitkandidatin vorwirft, über die Gruppe gelästert zu haben. Für Katharina geht dann aber doch alles gut aus. Gemeinsam mit Giuseppina schafft sie es in die nächste Runde.